Liken, bewerten und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesfirmanstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zum Monats-Update für Februar 2024. Es wird schon langsam Frühling, glaube ich. Winter ist vorbei. Winter ist vorbei. Wir starten frohen Mutes in den März. Ich habe mir jetzt eine gute Tasse Kaffee gemacht. Ja, Feierabend und jetzt mache ich das Video. Schön, dass wir das abgefristigt haben. Ein sehr überschaubares Monats-Update. Ich sehe es gerade, es ist sehr, sehr wenig. Ich bin selber überrascht, dass es in dem Monat so wenig war. Aber schöne Dinge dabei, über die ich mich sehr, sehr freue. Vor allem eines, zwei Sachen, über die ich mich besonders extrem freue. Und daran, jetzt habe ich da einen Kaffee-Rand am Tisch. Naja, okay. Egal. Ich hoffe, ich werde jetzt nichts drauflegen. Ein paar schöne Sachen. Und wer weiß, vielleicht ist da für euch auch etwas Cooles noch dabei. Dass ich sage, das muss ich mir auch holen. Wie auch immer. Aber ohne große Umschweife. Ja, bevor ich jetzt wieder ewig labere. Ich sage es euch gleich. Ich habe da natürlich jetzt wieder ein paar Sachen zensiert. Es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid. Mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als bestimmte Sachen. Ihr wisst schon. Einfach zu zensieren. YouTube ist unfassbar pingelig geworden. Ich weiß nicht, ob das bloß bei mir so ist, weil die einfach sagen, Scheiß, Bundesfirma hat starrt. Nein, der darf nichts zeigen, weil sonst hauen wir ihm eine rein. Das ist blöd. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr zeigen. Ich habe ja für Unboxing-Videos, wenn ich euch die Sachen zeige, noch einen Bitchu-Kanal, wo ich euch dann die Sachen im Detail unsensiert zeigen kann. Auch jetzt bei solchen Update-Videos. Das große Problem ist, ich mag halt nicht, kurz zur Erklärung, man kriegt halt sehr schnell, wenn man nicht aufschaut, ein 18er-Aufer-Video. Und das Problem dabei ist nicht unbedingt, dass man dann keine Kohle kriegt, weil man kann es dann nicht monetarisieren. Das ist zwar doof, aber gut, das ist das eine. Das größere Problem ist, Leute ohne verifizierten Account können dann das Video nicht anschauen. Und ich weiß, dass nicht alle Zuschauer einen verifizierten Account haben oder wollen einfach bloß einmal schnell draufklicken. Und die Videos werden auch quasi nicht verbreitet. Also die Aufrufzahlen sind dann katastrophal. Und die Videos sollten ja von, gerade die Update-Videos sollten ja von möglichst vielen Leuten angeschaut werden. Deswegen, das ist einfach saublöd und es bleibt einem nichts anderes übrig. Ich will nicht die Hälfte von meinen Videos ab 18 haben. Weil dann kann es einfach so gut wie niemand anschauen. Und das ist einfach ätzend. Deswegen entschuldigt es das, wenn halt da wirklich dann das eine oder andere zensiert ist. Ich würde mir auch wünschen, dass YouTube da ein bisschen humaner wäre. Es ist auch manchmal so, YouTube beanstandet dann Videos teilweise und du weißt nicht einmal warum. Und das Schlimme ist halt, wenn sie was beanstanden, die sagen dir halt einfach nicht warum. Das ist halt YouTube völlig wurscht. Wenn du Glück hast, wenn du einen Strike gekriegt hast, dann wenn du Glück hast, dann sagen sie dir an welcher wegen was. Aber ansonsten, wenn die dir die Monetarisierung wegmeldet oder so, das ist denen egal. Da kannst du dir dann aus den Fingern saugen, warum die das gemacht haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Das sollte YouTube anders machen. Das ist sehr nutzerunfreundlich. Vor allem für Content Creator. Weil ich meine, ich halte mich ja gerne an die Nutzungsbedingungen. Nur wenn ich dann aus Sicht von YouTube was falsch mache, dann sollten die mir halt vielleicht auch sagen was. Vor allem, wenn es halt nicht offensichtlich ist. Manche Sachen sind offensichtlich. Ich meine klar, wenn ich irgendwelches Copyright geschützte Zeug da drin habe im Video, dann ist schon klar, dass ich da womöglich Probleme kriege. Aber wenn ich nichts dergleichen habe und naja, ich will euch da jetzt nicht zusützen mit dem Scheiß. Sie wollten ja mal ein Update sehen, oder? Deswegen geht es jetzt auch los. Eine Lieferung von Play on Pictures. Die ist relativ frisch eingetroffen bei mir. Da ist jetzt auch endlich drin. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, aber das ist deswegen so spät gekommen, weil das in einer Bestellung mit einem anderen Titel drin war. Das ist das neue Steelbook oder relativ. Jetzt muss ich mal schauen, dass das nicht so brutal spiegelt. Am besten so wahrscheinlich. Das Steelbook, 4K Steelbook von Dog Soldiers von Neil Marshall. Ich liebe diesen Film. Und der wurde anscheinend, da wurde auch die 4K, den gab es ja vor vielen Jahren schon mal in einem Media Book. Das war ja utopisch teuer. Utopisch teuer. Und den haben sie jetzt einfach nochmal in einem Steelbook aufgelegt. Man hätte jetzt ein Keepcase eigentlich auch gereicht, wobei es finde ich eigentlich ganz schön. Das Steelbook ist okay. Das Originalcover von der DVD finde ich eigentlich ziemlich geil. Das vom Media Book war nicht ganz so cool. Ein super geiler Film von Neil Marshall. Ich mag ja so Wehrwolf-Gedöns. Und das ist wirklich cool gemacht. Ein schöner, schwarz-humoriger Film mit tollen Special Effects, der für FSK 16 an der einen oder anderen Stelle auch ganz schön zur Sache geht. Ich kann ihn jedem bloß empfehlen. Also wer Werwolf-Filme mag oder sowas und ein bisschen trashig sein darf und humorvoll sein darf und durchaus zur Sache geht, dem sei Dog Soldiers definitiv ans Herz gelegt. Das ist ein ganz, ganz großer, großartiger Werwolf-Film. Einer meiner Lieblings-Werwolf-Filme. Nicht so gut wie ein American-Werwolf-In-Landern, aber ein super geiles Teil. Ich mag den. Danke, Leon, für das nochmal auflegen. Das ist wirklich ganz hervorragend. Und dann haben wir hier, wegen dem hat es länger gedauert, den habe ich nämlich auch noch bekommen, von Play on Pictures Emanuela 77. La Marche von Valerian Borowczyk, den habe ich euch schon im Unboxing gezeigt. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Mediabook anschauen. Ja, den kann ich zeigen, das ist kein Problem. Gott sei Dank. Ja, das geht. Ich mag die Borowczyk-Filme einfach. Und von dem da habe ich mit Silvia Christl noch überhaupt nie was gehört. Noch nie. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Tatsächlich, ja. Das wird wahrscheinlich absurd werden. Borowczyk-Filme sind immer großartig. Ja, kann ich euch bloß empfehlen. Dann eine etwas Neues von Turbine. Da haben schon einige Videos dazu gemacht. Ich habe das Ding jetzt noch nicht gezeigt, den wir in einem Unboxing. Weiß nicht, ob ich das noch mache, aber da gibt es ja jetzt schon einige Unboxing-Videos. Die 5th Anniversary Edition von Flash Gordon. Also Flash, nicht Flash. Flash Gordon. Ja, im limitierten 2 Blu-ray Disc Mediabook von Turbine. In diesem schönen Cover. Was ist das? C oder D? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall mit der Uncut-Fassung drauf und jede Menge Bonus-Material. Und so habe ich mir gefällt. Das Cover ist sehr, sehr gut. Ich kenne den Film überhaupt nicht. Ich habe da mal ein paar Szenen gesehen und da gibt es ja so tolle Stop-Motion-Effekte. Ich mag Stop-Motion-Effekte. Und die sind anscheinend auch von Rick Baker. Das wusste ich überhaupt nicht. Und ich meine, Rick Baker ist ja für mich, da steht es nämlich, Rick Baker, an American Werewolf in London. Ja, da ist jede Menge Zeug mit dabei. Schaut euch das mal an. Inklusive kompletierter Synchro. Ich meine, was wollen wir noch mehr? Ich glaube, der ist ziemlich abgefahren. Schaut auch ziemlich abgefahren aus. Rick Baker wollte ich auch noch sagen. Der hat die Special Effects von American Werewolf in London gemacht. Der ja einer meiner Lieblingsfilme ist. Mein Lieblingswerwolf-Film auf jeden Fall ist. Und für mich einer der besten Special Effects Artists überhaupt. Wer die Verwandlungsszene bei An American Werewolf in London kennt, weiß, wovon ich rede. Das ist meiner Meinung nach bis heute unerreicht. Und deswegen freue ich mich schon hier auf Flash Gordon. Oh yeah. Dann, das habe ich auch schon gezeigt in einem Unboxing-Video. Das Double Feature von Terrifier. Ja, Facebook-Gruppen Edition Exclusive. Ja, Terrifier 1 und 2. Unboxing, verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch anschauen. In diesem Gehzeichnen-Cover mit jedem Spottlag von Nameless Media. Ja, hat es da halt gegeben in dieser Mediabook-Facebook-Gruppe. Ja, die habe ich unter dem Video verlinkt von dem Unboxing. Ja, personalisierte Edition für einen ganz guten Preis. Ich habe natürlich da auch wieder ein bisschen was zu meckern. Ich habe immer was zu meckern. Es ist einfach so. Auch hier. Aber ich mag die Filme sehr, sehr gerne. Ich mag auch der Clown und der Preis hat passend. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein schönes Mediabook. Das passt schon. Ist auf jeden Fall jetzt auch endlich nach ewig langer Wartezeit mal eingetroffen. Dann aus Österreich habe ich mir geholt. Das kann ich auch nicht zeigen. Da kann ich so gut wie gar nichts zeigen. Hier, Prison of Hell. Ist das ein schwabbeliges Scheißhaus-Media-Book. Alter, X-Rated. Macht es halt einmal. Es ist das. Schaut euch einmal die Schwabbel-Scheiße da an. Was ist das? Das ist viel der Cheapness. Ist das schon wieder. Feel the Cheapness. Was sind das für... Wer macht denn die? Das ist was. Das ist so von der Qualität her. Kennt ihr Bush Media-Media-Books? Diese ganz dünnen, labrigen Dinge. Da habe ich schon mal... Das letzte Unboxing ist schon eine ganze Zeit lang her. Das ist so für die gleiche Laber-Scheiße. Aber gut. Prison of Hell. Ja, Prison of Hell. Teil 1 bis 4. Da unten. X-Rated. Die müssen immer irgendwas Hässliches. Wenn die ein cooles Cover oder was haben, müssen die irgendwas Hässliches da draufschreiben. Da zum Beispiel 4-Disc-Setbox. Weil das muss man da drauf machen. Weil damit das Cover nicht so schön ausschaut. Das ist einfach so. Ich meine das bei X-Rated halt einfach so. Ich kann euch die Rückseite nicht zeigen. Es tut mir leid. Es handelt sich hierbei um die 4 ja quasi... Knast-Juhlen-Filme. Das ist halt was für Insider. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Ich habe die immer mal wieder in so Artboxen auf die Börsen rumliegen sehen. Und auf den Scheiß musst du mal holen. Und da sind jetzt alle 4 praktisch drin. Der Preis war okay. Ich kann euch das auch nicht. Es tut mir leid. Ich kann euch das auch nicht in einem Unboxing oder so zeigen. Das ist nicht möglich. Ich kann euch nichts nicht. Eine einzige Seite aus diesem Media-Book kann ich euch zeigen. Das ist nicht möglich. Die medeln mir sofort den Kanal weg bei YouTube. Prison of Hell auf jeden Fall. In diesem Schwabe-Ding da. Utopisch macht es nicht. Das ist ja Wahnsinn. So. Eine Hardbox habe ich auch noch gekriegt. Die hat mir der liebe Mann von Morphinium mitgebracht. Grüße gehen raus. Vielen herzlichen Dank dafür. Der war auf irgendeiner Börse. Ich weiß nicht, was bei ihm noch in der Gegend ist. Lampukistan, Börse. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da hat er auf jeden Fall die gesehen. Für 15 Euro haben wir X-Rated standen. Und da habe ich gesagt, ich soll da einen mitbringen. Das ist Pensione Powera. Frisch erschienen von X-Rated. In Metabox und Hauptboxen. Na jetzt mal die hat 15 Euro. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ich weiß nicht einmal von wem der ist. Keine Ahnung. Also, da müsst ihr mal ein Ding zum Beispiel fragen. Ein Film-IV-Live-Andi oder so. Andi, wenn du das Video siehst, schreib mal rein von wem der Film ist. Oder wer immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht gesehen. Das ist das Original-Cover. Da kann ich das von hinten zeigen. Ja, ich glaube, das geht klar. Da hält man vorsichtshalber einen Griffel drüber. Sonst habe ich nicht wieder. Was ist das für eine komische Folie da? Das ist eine Frischhaltefolie. Oder was ist das? Das kann man überhaupt nicht lesen da. Da kannst du lesen um was. Das ist ein Cialo. Ja. Das ist ein Cialo. Ja. Ich mag ein Cialo. Ich bin jetzt nicht so ein hardcore Cialo-Fan wie zum Beispiel Andi oder so. Aber ich mag immer mal wieder ein Cialo. Deswegen passt das. Und für 15 Euro. Euro-Kalt-Collection. Da ist es auch so. Ein cooles Cover. Und wir müssen natürlich, ich meine, das ist halt bei X-Rated einfach so. Da machen wir nur so einen hässlichen Balken da oben drauf. Das ist schon die Nummer 41. Dass jeder auch sofort sieht, dass das die Nummer 41 ist. Aus der Cialo-Serie. Das reicht nicht, wenn man das hinten drauf macht. Aber nein, das ist schön. Das Cover wäre sonst zu cool. Die denken sich halt einfach, X-Rated denkt sich, na, weil dann finden die Leute das Cover zu cool. Lieber machen wir nur so was hässliches drauf. Aber ist halt einfach so. Ja, das passt schon. Der ist bestimmt cool dafür. Wehe, wenn nicht. Jetzt muss ich schnell was trinken. Ich sehe schon, das wird ein relativ kurzes Monats-Update. Dieses Mal tatsächlich. Manchmal sind die ja ziemlich lange. Aber dieses Mal wird es relativ überschaubar. Aber das macht ja nichts. Immer mal ein bisschen schneller fertig. Dann belästige ich euch nicht auch noch die ganze Zeit. Ihr habt es von eBay gekriegt. Nein, nein, eBay. Entschuldigung. Schaut euch mal das an. Die Psycho Legacy Collection. Und zwar die Deluxe Edition. Die riesig fette Box. Die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und die habe ich damals zu Release verpasst. Die ist inzwischen ausverkauft. Da gibt es nur eine kleine Box davon. Also die Nicht-Deluxe Edition. Wo dann praktisch bloß die Filme drin sind. Die ist auch kleiner. Und da habe ich ein Angebot gefunden auf eBay. Jetzt habe ich wieder eBay. Facebook. Für einen sehr, sehr fairen Preis. Immer noch teuer. Aber sehr, sehr fair im Vergleich zu dem, was die Box... Die geht irgendwo bei 200 Euro los bei eBay. Gebraucht. Ich habe es deutlich günstiger gekriegt. Für einen sehr, sehr fairen Preis. Ich weiß nicht mehr, was die mal original kostet. Ich würde sagen, so 100 Euro wird die... Ich habe jetzt einen kleinen Aufpreis bezahlt. Wie gesagt, die ist long out of print. Und da sind sämtliche Teile von Psycho drin. Also natürlich das Original von Hitchcock. Und zwar auch in der Uncut-Fassung. Ich meine, ich gebe es ja jetzt schon einen. Ich meine, den ersten Teil... Das ist ja kein Problem. Den ersten Teil von Psycho... Den kriegst du ja inzwischen auch 4K und alles halt... Uncut. Und das ist überhaupt kein Thema. Früher hat es den ja bloß in einer geschnittenen Fassung gegeben. Weil sie den damals zensiert haben. Weil die Duschszene und so... Die war halt einfach zu hart für die Amerikaner. Die deutsche TV-Fassung übrigens... vom Psycho... Die war schon immer ungeschnitten. Ich habe tatsächlich auf der Festplatte noch... Diese ungeschnittene deutsche Open-Matte-Fassung... Ja, also im 4-zu-3-Format... Wo oben und unten mehr Bildinformationen sind... Uncut. Das war damals die einzige Möglichkeit... Den Film Uncut zu schauen. Die deutsche TV-Fassung. Weil die ganzen AMI-Fassungen... Die waren alle geschnitten. Aber da haben wir natürlich jetzt auch die Uncut-Fassung drin. Wir haben Psycho 2 mit drin... Den ich übrigens hervorragend finde. Ich glaube, viele Leute wissen tatsächlich gar nicht... Das Psycho eigentlich ein ganzes Franchise ist... Ja, und es tatsächlich mehrere Teile gibt. Die gibt es auch schon lange. Die gibt es auf DVD. Auf Blu-ray gibt es das nicht einzeln. Tatsächlich. Wenn man die auf Blu-ray haben will. Nur in der Box. Sonst gibt es in einer günstigen DVD-Box noch. Es gibt tatsächlich vier Teile. Und der zweite Teil, meiner Meinung nach... Von... Wann ist denn der zweite Teil? Von 83. Also der spielt halt praktisch 23 Jahre nach dem ersten Teil. Und da kommt Norman Bates dann praktisch aus dem Knast raus. Ja, und der zweite Teil ist meiner Meinung nach genauso gut wie der erste. Der ist super gut. Also ich habe die jetzt erst vor kurzem wieder alle vier gesichtet. Na, schmarrn. Nur Teil 2 bis 4 war den ersten Teil von Psycho. Den habe ich schon so oft gesehen. Den kann ich ja schon auswendig mitsprechen. Den habe ich nicht mehr angeschaut. Aber auf die anderen habe ich mich sehr gefreut. Dann Psycho 3 von 86. Übrigens sind die alle hier mit Anthony Perkins natürlich. Der spielt in allen Teilen da mit. Beim dritten Teil hat er, glaube ich, sogar selber Regie geführt. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ich glaube. Aber ja, ich glaube, beim dritten hat er selber Regie geführt. Der dritte ist der schwächste von denen. Der ist zwar immer noch nett zum Anschauen, aber schon der schwächste der Reihe. Und Psycho 4, der erzählt so ein bisschen in Episoden, die Jugendstory, also die Geschichte von Norman Bates' Jugend und seiner Mutter, wie sie mit seiner Jugend ergangen ist, in so Rückblenden. Da erzählt er halt so eine Radiomoderatorin im Endeffekt so seine Lebensgeschichte. Und das ist auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Teil. Also alle vier Psychoteile wirklich super gut. Deswegen, wer die noch nicht kennt und wer bloß den ersten kennt, absolut zu empfehlen. Wenn wir mal reinschauen, wie hat sich die DVD-Box gesagt, das Ding ist relativ teuer, dann ist da natürlich noch das Remake mit dabei von 98 oder von wann ist denn das? Ja, 98 mit Vince Vaughn. Eines der unnötigsten Remakes. Ich habe den einmal gesehen und fand, was heißt Scheiße? Ich fand ihn in Scheiße, weiß ich gar nicht. Völlig unnötiges Remake. Wozu? Warum sollte man einen solchen Klassiker und so ein Meisterwerk wie Alfred Hitchcocks sicher Remake? Das kann bloß in die Hosen gehen. Genauso wie damals das Remake von Ben Hur mit Charlton Heston. Was ja aber eigentlich auch bloß ein Remake ist. Von einem noch älteren Film. Aber gut, ich meine, von manchen Filmen da brauche ich kein Remake machen. Was ist noch mit drauf? Da ist noch, äh, was ist das? Also genau, die deutsche, äh, die deutsche Uncut-Fassung. Genau, das ist halt diese deutsche Kino- beziehungsweise deutsche TV-Fassung. Ähm, genau. Die haben wir da mit dabei. Dann ist noch diese Doku mit dabei. Also Psycho Legacy. Ja, die gibt es ja auch einzeln auf Blu-ray. Die ist auch mit dabei. Bates Motel. Das ist ein TV-Film. Den kenne ich überhaupt nicht. Von 87. Den kenne ich nicht. Und dann ist da noch, äh, was ist da noch mit drauf? Äh, Bonus-Disk mit der Doku und allen möglichen anderen Kram. Also, äh, wirklich super fett ausgestattet. Sind zwei fette Digi-Packs mit drin. Und ein fettes Buch. Ich kann euch das, ich zeige es euch einmal ganz schnell. Bloß das Buch noch, was noch mit dabei ist. Wachen wir jetzt ab. Stabile Box. Tolle Box von Turbine ist die damals rausgekommen. Ja. Oh, ich sehe es gerade. Limitiert auf, äh, 2166 Stück. Und auf jeden Fall ist da zum Beispiel so ein Poster und was mit der Band. Da ist halt so ein schönes, äh, Buch, äh, mit dabei. Übrigens die Box in Top-Zustand bei mir angekommen. Die war natürlich, äh, gebrauchte Box. Aber wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wirklich ein schönes, gebundenes Buch hier von, äh, Tobias Hohmann, äh, mit dabei. Ja, hier ist Alfred Hitchcock. Ein sehr, sehr schönes, sind 95, 100 Seiten oder was? Mehr sogar. 101, 110, 111, ja, was weiß ich, 120 Seiten oder so. Also, ne, also sehr, 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 sehr schönes, äh, gebundenes Buch, was halt wie dieses Buch an der, äh, Rezeption ausschaut. Super geil. Weil, wenn Sie die Box einmal sehen wollt, komplett mit dem kompletten Inhalt und so weiter, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, die ist schon älter, die gibt es schon einige Jahre. Gibt es wahrscheinlich auch schon Videos auf, äh, auf YouTube dazu. Aber wenn Sie es von mir mal sehen wollt, dann, ähm, zeige ich euch dieses fette Teil auf jeden Fall. Vielen Dank an den lieben Verkäufer. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, ich kann meinen Namen nicht mehr so schlecht merken. Aber vielen lieben Dank für den fairen Preis und, äh, das Top-Versenden. Also, ist wirklich super angekommen. Es ist schwer, wie Sau, ganz nicht auszudenken. Ja, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Also, definitiv das Highlight, äh, in diesem Monat. Vor allem, weil ich halt ein großer Fan auch von den, äh, Psycho-Teil 2 bis 4 bin, ne. Also, wirklich klasse. So, und dann habe ich noch was. Das habe ich auch schon gezeigt in einem Video. Da, ich zeige euch schnell die Schachtel. Den habe ich mir auch geholt von Trick-or-Treat Studios. Videos, Dawn of the Dead, den, äh, Airport-Zombie. Und da hat mir zu Recht bei dem Unboxing-Video einer in die Kommentare geschrieben, oder zwei sogar. Ja, äh, gefällt mir nicht so, weil der schaut nicht so aus wie im Film. Und das stimmt tatsächlich, wenn sie euch nämlich einmal den Airport-Zombie, ähm, der zum Beispiel auch auf den Cover drauf ist, auf dem Marketing-Cover ist er, glaube ich, auch zu sehen, äh, von, ähm, von, ähm, von Dawn of the Dead. Ähm, ähm, dann schaut der anders aus. Der ist nicht filmakkurat. Ist er nicht. Also vom Gesicht her. Tatsächlich ist er das nicht. Der Voodoo-Zombie, den ich ja alle in der Sammlung habe, schaut da deutlich akkurater aus. Da hinten steht er übrigens. Da steht er im Moment noch. Der kommt noch woanders stehen. Aber jetzt steht er im Moment stehen da. Der ist nicht filmakkurat. Ist so. Aber natürlich, ich meine, wenn man den anschaut, weiß ich sofort, was das ist. Ja, also, ja, es ist eine sehr, sehr schöne, äh, detaillierte Büste, die nicht hundertprozentig filmakkurat ist. Ist so. Definitiv. Aber die sind halt preismäßig. Die nächste ist übrigens schon unterwegs. Das ist nämlich Dr. Freudstein. Den habe ich mir schon geordert. Und so schaut der halt aus. Und ich finde, ja, auch wenn er nicht akkurat, filmakkurat ist, er schaut sehr, sehr schön aus. Schaut solche Sunboxing-Videos dazu an, bei mir auf dem Kanal. Wenn ihr es genauer sehen wollt, den Kollegen, den Airport. Zombie. Genau. Insgesamt gibt es fünf Stück von den Büsten. Dr. Freudstein kommt jetzt dann. Und. Zombie-Holocaust, glaube ich, gibt es nur eine. Und dann noch eine, den fetten da von Voodoo. Und dann bin ich damit erstmal durch. Da gibt es jetzt jeden Monat eine zu beschaunen. So, und damit sind wir durch mit dem Monats-Update für Februar 2024. So, jetzt muss ich nochmal was nachdrehen, weil ich nämlich Tulipin, Depp quasi, und wieder die Hälfte vergessen habe. Nein, die Hälfte nicht, aber ein bisschen was. Und das muss ich jetzt unbedingt noch mit einbauen ins Video, weil sonst kriege ich nämlich Jäcker mit dem Straßmann. Ja, Grüße gehen raus. Ihr habt nämlich noch ein nettes, kleines Paket bekommen von CMV Laser Vision oder Laser Vision. Je nachdem. Ja, oder Laser Vision. Egal. Ja. Denn da sind die neuesten Titel der CMV Trash Collection drin. Und wie ihr vielleicht wisst, ich bin Mitglied im CMV Trash Collection Club. Kann ich übrigens nur empfehlen. Link zu CMV haue ich euch mal unten in die Video-Beschreibung rein. Da könnt ihr euch das einmal anschauen, was es da schönes gibt. Und da in dem Karton, da ist natürlich so Zeug da drin. Da hat er wieder sein ganz altes Kluppert reingeschmissen. Was ist denn das da? Hauptsache irgendwie so. Jetzt habe ich glaube ich selber reingeschmissen. Entschuldigung. So, was ist alles dabei? Also es sind die neuesten vier Titel drin. Das ist zum einen die Nummer 21. Der ist glaube ich indiziert. Halt mal wieder indizierte Sachen in die Kamera. Sehr lustig übrigens, wenn ihr auf der CMV Seiten seid. Da steht, wenn da indizierte Titel dabei sind, steht da nicht der Titel, sondern es steht nur indizierter Titel. Ihr wisst also nicht einmal, was ihr kauft. Zumindest nicht auf der Shop-Seite. Ja, egal. Das ist der da, glaube ich. Nightmares. Nightmares. CMV Trash Collection Nummer 21. So schaut der aus. Ich habe keine Ahnung. Kenne ich nicht was. Regie John D. Lemon. Mit Jenny Neumann, Gary Sweet, Nina Landis. Keine Ahnung, kann man das hinten zeigen? Ja, so schaut das dann aus. Ja, und ist halt so. Da könnt ihr euch durchlesen. Es spiegelt halt wie so, um was es geht. Was da ab ist. Genau. Das ist immer ein Blu-ray-DVD-Kombo. So, da Blu-ray und DVD. So gibt es Wende-Cover. Auf der anderen Seite ist ein anderes Motiv drauf. Die sind ja hinten durchnummeriert da, die Trash Collection, beziehungsweise in dem Fall The New Trash Collection. Ja, und wer die alte Trash Collection in die kleinen Hauptboxen gesammelt hat, der kriegt die auch weiter nummeriert quasi. Also die Nummer 21, Nightmares. Dann haben wir die Nummer 22. Das ist die Mumie des Pharaos. Den kenne ich auch noch nicht. Nettes Cover auf jeden Fall. So kann man auch zeigen, kein Problem. Nummer 22. Legendärer und herausragender Zombie-Klassiker. Ja, mich leckst du am Arsch. Das ist bestimmt super. Ja, die Nummer 22. Mumie des Pharaos. Dann haben wir die Nummer 23. Das ist der Mausoleum. Mausoleum. So schaut das aus. Jawohl. Nummer 23. Kann ich euch absolut empfehlen. Schaut euch mal das Vieh da hinten an. Die sind da in so einer Bar. Also ein Haufen Leute. Die hängen da in so einer Bar ab. Und die werden angegriffen. Da also mitten in der Wüste. Und die werden von so da von diesen krassen Viechern angegriffen. Der ist tatsächlich ziemlich blutig. Hat ein paar richtig geile, nette Effekte mit dabei. Also der ist absolut empfehlenswert. Wer auf so Creature Feature Trash mit abgefahrenen Handmade Effekte und Monster steht, der ist da super gut aufgekommen. Also den kann ich euch empfehlen. Der ist richtig geil. Richtig geil. Und da gibt es noch zwei Teile. Und ich hoffe, die kommen demnächst auch bald einmal raus. Weil die möchte ich nämlich auch sehen. Das ist genau mein Shit. Wer sowas mag, also Feast ist absolut super. Den gibt es glaube ich auch im Media Book. Wenn man den bloß einzeln haben will. Der ist geil. Der ist richtig geil. Geile Effekte. Abgefahren, trashig, super, blutig. Der macht richtig Spaß. Dann haben wir noch zwei leere, die es so zum Auffüllen reingetan. Das sind sogar nur Original, da Original M-Ray Hüllen. Die da zumindest, das ist auch eine Original M-Ray. Das hat einen Seltenheitswert, weil M-Ray gibt es ja nicht mehr. So, heftig. Zwei Original transparente M-Ray. Und die haben ja auch nochmal einen massiven Wert. Und für alle, die ja Mitglied im Trash Collection Club sind, gibt es immer noch ein nettes Gimmick. Da waren schon Tassen drin, Jutebeutel, so diese Uhrzeitgräbse und allem möglichen Scheiß hat es schon gegeben. Als kleines Gimmick. Und dieses Mal ist da so ein Zauberwürfel dabei. Und da müsste auch dann die Limitierungsnummer mit drauf sein. Wir machen es einmal auf. Ich schaue mal rein da. So. Genau. Ja, das ist ja heftig. Keine Kosten und Mühen gescheut. Keine Kosten und Mühen gescheut. Mit der Limitierungsnummer. Es ist übrigens mein Geburtsjahr. Und da habt ihr dann so einen schönen Zauberwürfel. Aus China. Stinkt nicht? Naja, ein bisschen. Stinkt ein bisschen. Die Limitierungsnummer ist nur auf einer Seite drauf. Aber die ist sogar da. Also das ist nicht bloß draufgeklebt. Das ist richtig so da rein graviert. Oder so. Ich meine, das ist ja so ein Plastik. Wie da ist, die haben die Chinesen hier ein Logo drauf gemacht. Also ein netter Original-China-Zauberwürfel. Ja, hergestellt von Promotion, Ambassador. Was ist denn das da hinten? 6 Plus. Ja, also ab 6 Jahren. Made in China. Super. Absolut toll. Da ist noch eine Anleitung dabei, wenn man es nicht mehr hinkriegt. Wahrscheinlich. Mein Mikro ist schon wieder voll. Alter, vordere. Regen mich halt jetzt auf, oder? Sehr fix. Normal ist das eine Scheiße da mal hinten. Ich weiß nicht, was sich da wieder verstellt hat. Eine Affenscheiße ist das. Oh, ich will keine Schimpfwörter verwenden. Kriege ich wieder Ärger mit YouTube. So, und jetzt sind wir da also durch. Also die Dinger hat es halt auch noch auf jeden Fall mit dazu gegeben. Sehr schön, oder? Super. Genau, würde ich sagen. So, und jetzt sind wir aber wirklich durch. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ein bisschen, ja, Ideen bekommen für eure Sammlung. Vielleicht aber auch nicht. Schreibt es mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Kennt ihr die Filme? Kennt ihr zum Beispiel hier die Prison of Hell Filme? Beziehungsweise hier die Knast-Julen Filme? Oder wie auch immer. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne eure Meinung. Und vielleicht auch euer Monats-Update für Februar 2024 in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Da verlinke ich euch dann noch was zum Anschauen. Da könnt ihr ihn gerne am Kanal abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr dürft es natürlich auch gerne eine kleine Kanalmitgliedschaft abschließen. Für nur zwei lumpige Euro könnt ihr in die Kaffeekasse ein bisschen was beitragen. Da werdet ihr auch, ich glaube jetzt am Anfang des Videos schon erwähnt. Ja, das ist doch super, oder? Genau. Unterstützt doch mal die Anstalt. Tut doch mal was Gutes. Tut doch mal ein gutes Werk. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut. Bis denn. Ciao. Und Servus.